So liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Autopad! Leute, ihr seht, ich bin heute nicht allein, denn heute habe ich die lebende Legende mit am Start. Maxi-Mapau! Ihr nackt mich die 10 Vokale. Und vorher werden wir auch nicht gehen tatsächlich. Autopads ist ein Game, ich habe es gelebt, ich habe es geliebt. Nur Wins heute. Genau, weil wir spielen heute super Autopads quasi. Bevor es losgeht, ich habe es dir gerade schon kurz gezeigt, wir machen mal wieder einen flöttlichen. Dann los! Dann los! Ich schwitze sowieso. Das ist sogar voll drüber, das ist voll egal. Kannst du so? Ich kann so. Okay, dann, wenn ich hier das aufschnipse, ich sage jetzt 1, 2, 3, dann machen wir... Okay. 1, 2... Oh, ich will nicht, ich habe die drei mehr. Die Lay ist einfach extrem hoch. Warte mal, mit meiner Zunge muss ich mal die richtige Stelle schon. Okay, warte. Ich lasse die drei weg und mache auf die drei. Okay, 1, 2... Yeah, ich bin froh! So, Maxim, da wollen wir dann drüber. Ja, wir sind bereit, in die Ecken. Ah, jawoll, jawoll. Willst du bei mir machen? Ja, natürlich mache ich das bei dir. Oh, shit! Aber es hat wirklich gesehen, erst mal der Hörer, dann der Tupfer und dann... So, genau. Und dann einfach drüber schieben. Oh, guck mal, wie gut das aussieht auch. Oh, das schmeckt. Was habe ich machen? Ich bin da tatsächlich sehr, sehr gut. Ich bin da noch ein bisschen um die Nase. Oh, das heißt ja, ich hebe doch, jetzt geht's aber los. So, liebe Freunde, dann sagen sie das zusammen. Und damit sind wir mal wieder. Okay. Entölt! Okay, okay. So, liebe Freunde, und damit sind wir mal wieder. Entölt! Was sind wir? Entölt. Entölt! Okay, Entölt! Damit sind wir einmal wieder. Entölt! Geil, ich liebe deine Energy! Maxi, magst du ganz kurz ein Run-Through geben? Was ist super Autopads? Autopads ist ein Game, wo man sich gesagt hat, wir nehmen einen Autobattler, packen da geistesgestörte Tiere rein, weil man muss ja beim Spiel nichts wirklich machen. Man hat sehr viel Zeit, gutes Boomer-Game tatsächlich. Und es geht darum, eine Armee aus Tieren zu craften, zu bauen und die andere Armee von Tieren zu zerstören. Und das machen wir heute? Das nur machen wir heute. Ihr müsst verstehen, Leute, Maxim hat hier gerade mir schon gezeasert, du bist tatsächlich der Krasseste. Wenn es Ranks geben würde, bin ich Platz 1. Ich habe so viele Pokale, könnt ihr euch das vorstellen. Ich bin natürlich auch super krass. Also, man kann ja einfach mal in meine History hier... Und das Game so, Maxim ist hier! Ich kann nicht mehr... Das scheißt sich ein, so. Das hatte ich auch noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Nee, was macht ihr denn hier? Seid ihr jetzt für gerade neu auf diesem Kanal und habt noch nicht abonniert? Das ist ja wirklich eine verdammte Frechheit! Tut das jetzt bitte! Ein Abonnement, was ist das schon? Ach, komm! Denn wenn ihr das jetzt nicht tut, werde ich in der Nacht zu euch. Komm euch so ein feuchtes Early in den Ohr stecken, das sag ich euch aber. Nee, wirklich, wäre wirklich super. Ich würde mich sehr freuen. Habt euch lieb. Ja, prima, das war es dann auch schon. So, viel Spaß für die Videos. Muss ich das wiederholen, ist unangenehm. Naja, egal. Also, ich hab wirklich versucht, es zu verstehen, Maxim. Wirklich? Ich hab's nicht hingekriegt. Meine Kinder spielen das natürlich sehr viel. Echt? Ja, ja, weil die wollen immer TFT spielen. Aber ich muss denen halt sagen, das TFT ist ja zu kompliziert. Und das ist quasi die einfache Variante. Und Kinderfreundlich. Und Kinderräuche. Und viel bessere Geräusche. Die Tiergeräusche sind absolut realistisch. Ja? Ja, ja, du wirst ein paar... Besondere Töne hören. Kannst du Tiergeräusche gut? Ich bin ein legendärer Delfin. Pass auf. Was? Ihr Gorilla. Ich kann auch so reden tatsächlich, aber das ist sehr schwer. Aber so, reden ist tatsächlich so... Hallo, da. Was? Das ist voll krass. Ein bisschen Donald Duck, aber... Richtig. Okay, Pets geht gar nicht. Also, ich werde dir auf jeden Fall ein paar harte Metatricks zeigen. Okay. Er coacht mich nämlich. Das ist nämlich das Ding. Auto Pets Coaching. Finde ich eine gute Idee. Ich würde sagen, es gibt ja auch tatsächlich verschiedene Pets. Ja. Mit welchem Expansion-Pet starten wir rein oder machen wir Standard? Wir machen erstmal Standard, weil das sind die besten Tiergeräusche. Danach wird es noch gestörder. Na, du musst quasi rauskriegen, wo haben sich die Designer gedacht, wir wissen nicht, wie dieses Tier klingt. Und dadurch... Haben die es selbst eingesprochen. Ja. Wirklich? Du musst rauskriegen, welches Tier es ist. Wir starten rein. So. So. Ich gehe erstmal... Wir machen es immer so. Du sagst, was du denkst und ich sage genau, es geht nicht. Ja, so machen wir es. Einfach Pets so. Ich weiß ja, man kann diese Pets zum Beispiel auch stacken. Ja. Jetzt sagt er mir ja hier, ich kriege Kohle. Ja. Von daher, ich würde wahrscheinlich, die Moskito, die ballert ja auch noch so ein Baby draus am Ende, ne, wenn du stirbst. Nee, nicht so ein Baby, sondern der snipet einen. Der Moskito ist wie im richtigen Leben der Hardcounter zum Schwein. Weil der macht ein Damage und das Schwein... Aber ich würde sagen, wir spielen alles, damit wir in der nächsten Runde gut sind. Alle drei, meine ich. Alle drei können wir spielen. Wir haben ja 10 Gold. Den Apfel freezen wir? Den Apfel... Nee, Apfel ist shit. Apfel ist shit? Shit. Ich spiele halt die ganze Zeit gegen Leute, die so geisteskrank sind. Die haben so 30 Angriff oder so. Ja, genau. Was ist das? Da werden wir heute auch noch hinkommen. Da kommen wir hin. 50-50 ist das Ziel. Das schaffen wir auch. Einen Roll machen wir noch. Wir haben ja noch ein Gold. Und dann würde ich sagen, freezen wir die beiden Arme halt. Und dann machen wir Enter. Okay, let's go. So. Das ist natürlich das Wichtigste. Das ist super wichtig. So, und wer sind wir denn? Wir sind Flexible Ears. Flexible Ears. Okay, confirmed. Let's go. Hier ist das Schöne. Die Wortezeit ist auch quasi bei Null, falls jemand das Spiel noch nicht kennt. So, wer mit sehr viel Angriff vorne... Und du siehst, wenn jetzt der Snipe hier ist, geben wir mal... Ah! Oh, Wink! Hä? Was passiert hier? Pokal! Du hast gesehen, der hat die Ameise geschnallt. Pokal! Ist es wichtig, dass der immer hinten ist, oder hätte er sonst direkt draufgekommen? Es ist scheißegal. Aber wir wollen den Angriff immer vorne haben. Den meisten Angriff nach vorne ist immer eine gute Regel. So, jetzt wird's gefährlich. Jetzt haben wir die Chance, Folgendes zu tun. Wir stellen alles rein. Wir tun die Schweine nach hinten. Die Säue. Die Säue. Die Säue. Wir wissen ja gar nicht, was das ist. Tatsächlich nicht. Weiß ich ja gerade noch. Aber welche... Das war aus Versehen tatsächlich. What have you done? Nein! Was hab ich getan? Aber das ist nicht schlimm, dass wir das eh tun müssen. So, du stellst das größte Schwein mit der HP ganz... Nein! Ja. Wären wir jetzt wieder aufschmeißen. Wollen wir noch nicht. Und jetzt machen wir die Mücke noch einen Schritt vor das Schwein. Und jetzt die beiden Ameisen nach vorne. Unfreeze. Unfreeze. Achso, die kannst du auch so ziehen. Oh. Ich hab's gehört. Jetzt musst du mir sagen, ist das ein Ameisen? Sie ist so zufrieden. Sie ist fucking am schön. Sie will aber auch sterben tatsächlich. So, jetzt machen wir Roll. So. Und das ist Shit. Das nehmen wir nicht. Nehmen wir nicht. So, End-Turn. Und jetzt folgender Plan. Die Ameisen sterben und geben einen Buff an die hinten ab. Das heißt, wir hoffen, dass die quasi den richtigen treffen. Die Mücke muss eine mit 1 HP treffen. Schwierig. Gibt's keine richtige Auswahl. Oh, perfekt. Na, weil ich kein Zweier getradet. Ich versteh grad gar nichts, Maxim. Ja, aber du brauchst doch. Ich guck mal, wie das ist. Ja. So gut. Zwei Pokale, zweite Runde. Normalerweise nur Drafts. Echt? Ja. Wirklich? Zwei Pokale im Early-Game. Aber vielleicht ist es, wenn man, desto besser man spielt, desto besser werden die Gegner. Ja, das ist richtig. So, jetzt ganz wichtig. Hast du gesehen, was passiert ist? Wir haben dominiert. Wir haben dominiert. Das ist richtig. Wir haben jetzt Tier-2-Units. Okay. Und wenn du jetzt eine Unit zusammen machst, verschmelzt, kriegst du eine Tier-3. Deswegen haben wir einen Schritt gewartet. 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 So. Nicht gewartet. Gewartet. Jetzt nehmen wir das Schwein von Bord und joinken das auf das andere Schwein. So. Ja. Boom. Jetzt haben wir den... Zwei Piglet? Den Stier. Der ist krass aber. Der ist aber ein krasser Typ. Wir nehmen jetzt die Mücke. Einen Schritt nach hinten. Wir nehmen den Stier rein. Der Stier ist gut. So, jetzt haben wir... Okay. So, jetzt haben wir theoretisch die Auswahl. Willst du einen Pokal? Ich will den Pokal. Dann nimmst du die beiden Cupcakes und joinkst die auf das Rind. Auf das Rind. So, weil die Cupcakes sind quasi nur gut für einzeln. Plus 3 plus 3 ist heftig. Und dann rollen wir nochmal? Und dann rollen wir ein einziges Mal. Ach. So. Jetzt wird es krass. Okay. Jetzt haben wir hier den V. Der V ist very interesting. Weil hier very good. Wenn er auf die Fresse klickt, wird er stärker. Das heißt, wenn er viel HP hat, ist er eine Machine de la Machine. Ach so. Jetzt natürlich die Frage, was machen wir mit dem Schwein? Das Schwein ist ein Brecher. Ich würde sagen, wir freezen den V. Freezen den V? Freezen den Knochen. Der macht immer plus 4 damage. Was ist das Knochen hier oder was? Ja, das ist einfach ein Bone. Ein Bone. Meat Bone. Meat Bone. Meat Bone. Und der kriegt übelst AD dabei. Ich hab grad Fleischpenis gesagt. Es ist ein Fleischpenis. Es ist wirklich ein Fleischpenis. Es ist tatsächlich ein Fleischpenis, ja. Okay, wir freezen den Fleischpenis. Das sollte man normalerweise nicht machen. Und wir gehen in das Game rein. Okay, let's go. So, siehst du das Opfer? Ja, ja. Alles shit. Warum haben die hier Kackhaufen auf? Die haben Kackhaufen auf. Weil die Scheiße sind. So, los am Emix. So, einfach nur Shit. So, guck mal, was der macht. Bam. Der kriegt, wenn du nicht vor ihm stirbst, kriegt er eine Melone. Das heißt, er kriegt kein Damage. Er kriegt quasi minus 20 Schaden. Also meistens keinen. Und deswegen ist das Rind übelgut am Anfang. Rindviecher sind OP. Sind wirklich OP. Ja, sie sind auch einfach fies. Aber diese Fiesheit brauchen wir. Jetzt zeig ich dir einen Trick. Kamel. Der ist insane. Okay. Okay? Du machst jetzt folgendes. Du verkaufst die Mücke. Jetzt tun wir den V rein. Den Fall. Was kann der nochmal? Der V kippt auf die Fresse und wird stärker. Kommt das Powerplay. Das brauchen wir aber Gigantobrain. Wir nehmen die Pille. Weißt du, was die Pille macht? Klima auf. Make a friendly pet faint. Der faint. Faint heißt die. He dead. Das stirbt. Ja. Und weißt du, was du jetzt machst? Du tötest die zweite Ameise. Die Arme? Ja. She has to die. Okay. Ich mag es. Warte, warte. Aber mit der Pille. Ja, ja. Ich habe die Pille ausgewählt. Genau. Pille und auf die zweite Ameise. Pass auf. Oh, okay. Now we're talking. Das ist eine Elo. Das heißt, er, weil sie gestorben ist, macht er seinen eigenen Buff. Forever fine. Ach so, das bleibt jetzt. Das bleibt jetzt. Das ist jetzt Sheetal. Ach das ist ja geile Scheiße. Das ist übrigens wirklich geil. Okay. So, jetzt machst du den Flamingo auch rein. Ja. Und dann machst du den Baum. Auf den V. Auf den V. Bei, der wird ja dann auch immer stärker, wenn er auf die Fresse kriegt. Genau. Und er wird auf die Fresse kriegen. Genau. Und er hat auch relativ viel HP. Den wollen wir erst mal nutzen. Noch mal Roll. Einmal noch. Concentration. Ich bin da, Maxim. Ich bin voll da. Die Pille. Die Friesen wir. Die Friesen wir. Ja. Das ist gut. So, Pille gefreezt und den V auch. Bei der V. Müssen wir den V nochmal durchlesen. Den Flamingo oder den? Nee, nee, doch. Den V. Was? Den V auch. Nee, den Friesen wir. Welchen? Den Flamingo. Das ist ein Flamingo, Maxim. Ach so. Ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. Echt? Ich habe eine Dierschwäche. Ja, warte mal. Das sind zwei Vögel. Ja, ist das voll okay. Und die geben beide mit der Farbe an. Los. Wir fließen den. Und rein in den Berg. Okay, abfahren jetzt. Warte. Und jetzt kommt noch mal der V. Und jetzt aber. Das ist ja... Das ist ja so toll. Das Schwein kommt ja noch. Geil. Ihr winst. 100% wieder. Alles klar. Ja, ist klar. Ich muss sagen, ich saß schon daheim und hatte keine Ahnung. Und das Game hat trotzdem brutal Bock gemacht. Es macht wirklich übel süchtig. Aber vor allem, man muss einfach mal dazu sagen, das ist ja wirklich das perfekte Beispiel von einem Crossplay-Game, was du auf dem PC und perfekt auf dem Handy zockst. Das ist richtig. So weit ist, beides smooth ist Fakt. Ja, muss man so sagen. Wir machen jetzt folgendes. Jetzt machen wir die beiden V auf den Typen und gucken, was für eine Unit wir kriegen. Also Ruff. 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 Ein Reindeer. Ein Reindeer. Reindeer ist fucking OP. Wenn der Reindeer stirbt, passiert das, was in der Natur passiert. Ein Bus kommt raus. Und zwar ein... Da ist der Bush-Held. Ja. Hab ich schon gefragt. Der Bus ist OP. Okay, geil. Das ist wirklich gut. Das Problem ist... Wir haben zu viele. Wir haben zu viele Units. Wir könnten dem die Pille geben. Damit er sich nicht mehr vermehrt, meinst du? Damit er sich nicht mehr vermehrt und vor allen Dingen, damit er wieder so einen Bach abgibt. Wir könnten aber auch sagen, wir verkaufen ihn nur. Oder wir trennen uns vom Schwein. Aber das Schwein gibt übel viel Gold. Die Sau steht hinten und ist halt einfach geil. Ja, aber die ist auch tanky wie sie. Also nicht tanky, die hat auch acht Damage. Also die finisht auf jeden Fall ein. Ich glaube, dass ihr die Wins trotzdem kriegen. Egal, was wir jetzt machen. Ja, wir verkaufen die Armeis natürlich. Genau. Jetzt machen wir das. Ich habe wieder Zelt falsch verkauft. Tier rein. Tier rein. So. Hörst du das? Das Geräusch ist terrible. Wir rollen. Mit unserem Besten. Fisch ist scheiße, aber er ist natürlich geil. Den nehmen wir. Und dann, ja, ja. Jojota. So, und dann den Knoblauch. Der ist auch krass. Der gibt auch immer, nee, der schießt raus, gell? Nee, der Knoblauch macht, du kriegst weniger Damage. Ist auf Tanks. Bastard is shit. Du stellst das Rindsch. Nach vorne? Eins nach vorne. Eins? Ja. Der Flamingo, wenn der stirbt, gibt two friends plus two plus two. Das ist schon vier. Gibt's the two friends behind? Behind, jaja. Das heißt, oh. Das heißt, oh. Oh, aus. Das heißt, die beiden werden gebufft. Okay. Das tun wir natürlich auch. Und der hier. Was passiert, wenn vor dem jemand stirbt? Gain melon and plus one attack. Und dann kommt erst der Bus. Und dann kriegen wir noch mehr Attacke. Holy shit. Okay. Äh, turn. Okay, let's go. Also, wir sind stark aufgestellt. Es könnte sein, es sind ein paar Freaks dabei, die nur viel Leben haben. Wir sind die Freaks, Maxi. Wir sind halt Maschinen. Ach, komm! Ist der kacke, oder was? Der steht. Guck mal, wir machen beide tot. Der Bus. Einfach freigegehnt. So. Der ist jetzt gebufft, aber wir sind unverwundbar. Die Unverwundbarkeit. Okay, jetzt pack. Und das ist ein großer. Und jetzt gibt es hinten drauf. Aber es ist echt egal, weil das Schwein aufliegt. Das Schwein ist nämlich noch da. Let's go! Fünf, fünf, fünf. Fünf, fünf, fünf. Das wird eine flotte Runde. Das wird eine flotte Runde. So, jetzt wird es spielen. Erstmal rinnt. Rinn rein. So. Ich meine, du meintest ja, das Schwein ist eigentlich nicht im Late Game drin. Eigentlich nicht. Aber wir haben auch nichts gerollt, was wir ersetzen. Wir rollen. Wir rollen. Let's go. Boom. So, jetzt haben wir wieder... Flamingo. Also, das ist alles shit. Ist alles shit. Das haben wir natürlich gar nicht genutzt. Wir machen folgendes. Wir geben dem Schwein das Knobel. Die Sau bleibt. Die Sau bleibt erstmal. So. Und dann, die Pille behalten wir trotzdem. Weil den Flamingo werden wir executen. Und wir können jetzt sagen, wir rollen. Oder wir jointen nochmal den Flamingo drauf für plus eins, plus eins. Und ich glaube, das ist das Beste. Am Ende kriegen wir shit und dann, was machen wir? Dann können wir ja aber freeze. Und jetzt hätten wir wenigstens plus eins. Und das freeze brauchen wir gar nicht. Sehr gut. Kein Geräusch. Kein Geräusch. Weil es ist set. Weil es ist set. Aber wir haben tatsächlich wenigstens das Level abgerollt. Okay, end turn. Ich würde sagen, ich bin bereit für den Bus. Jetzt geht's ab zur Schule. Ja, wirklich. Aber den Bus willst du nicht zur Schule fahren. Ja, das ist kein Problem. Weil der macht big damage. Ja, der Peperoni-Bus. So. Was, der was? Ja, der hat den Peperoni. Pass auf, guck mal hier. Ja, die Peperoni sagt 5 damage hinter. Guck mal, jetzt hat er seinen Schild verloren. Oh, tatsächlich. Er hat den Bler. Oh, mein Gott. Oh, nein. Ja. Das ist ja komplett voll. So, aber jetzt kommt ein 12er. Juckt nicht. Ist uns scheißegal. Und wir kriegen auch noch... Okay, das ist ja wirklich lächerlich. Ja. Schickt uns doch mal bessere Gegner hin. Ja, ihr müsst da wirklich... Also, try wenigstens. Weißt du? Aber es klappt nicht. Geil. Okay, Tier 4 Animals. Das ist gar nicht so schlecht, weil wir kriegen Tier 5, wenn wir leveln. Ich sehe da... Einen krankeren Bus. Ich sehe da... Ich sehe da... So, ich bin bei dem. Machen wir uns sofort drauf. So, Abfall. Wir rollen einmal bei 6 Gold. Oh, direkt rein, oder? Ja. Das Rindvieh. Ja. Also, wir kommen da wahrscheinlich nicht dumm rum. Der Krokodil. So. Also, der macht 8 Schaden zu dem ganz hinten. Okay, der ist schon krass. Das ist schon krass, weil der ist jetzt schon besser als das verkackte Schwein. Wir nehmen das Schwein raus. Verkaufen? Ja, verkaufen. Wir müssen das verkaufen, auch wenn der Knoblauch gut riecht, bringt er uns nichts. Ah, ärgerlich. Wir machen die Krokodil-Geschichte drauf. Krokodil nach ganz hinten? Genau. Und machen einen Roll. Normalerweise würde ich dir gerne die Giraffe zeigen, weil die Giraffe haben der Designer kein Geräusch gefunden. Stattdessen haben sie hier was ganz tolles gemacht. Aber das machen wir später. Wrong. So. Oh, das ist gut. Ihr müsst verstehen, er hat von Anfang an direkt gesagt, die Geräusche sind's, die das Gang besonders machen. Die Geräusche sind's, ja, die Designer sind einfach... Vor allem, wenn man verliert, glaube ich. Ja. Weil dann triggert das richtig rein. Das ist korrekt. Ich würde jetzt sagen, wir haben es jetzt sehr schwer. Unsere Units sind jetzt strong. Wir haben noch den Knoblauch. Und wir haben noch den King. Wir haben noch einen Knobi bekommen. Das ist ja arschgeil. Das ist wirklich prassend. Jetzt mal random Frage, bist du Döner immer mit Knoblauch? So oft, so viel wie es geht. Danke, Mann. Ganze 10. So, alles klar. Wir freezen, glaube ich, den Pengu. Der Pengu sorgt nämlich dafür, der gibt immer plus 1, plus 1 an Level 2 Units. Und ich würde den Knoblauch auf das Krokodil machen, in der Hoffnung, dass das Krokodil noch ein bisschen durchhält. Falls es nicht so viel laufen würde. Okay, wir sind drin. Wir sind drin. Alles klar. Das Krokodil macht das, was es in der Natur macht. Ich bin... Es snipet den ganz hinten. Pass auf. Aber jetzt erstmal kommt der Bus. Nee, pass auf. Erstmal kommt die Schnecke tot. Er ist fängt. Bam. So. She dead. So. Bus. Der Bus. Sie ist in die Maschine. Unfassbar. Ja, aber ist egal. Er kann zweimal angreifen. Und wir sind wieder Giderstrom. Und wir sind Melonen Jesus. Okay, komm. Dann gute Nacht. Dann aber gute Nacht. Es ist gute Nacht. Holy shit. Ich liebe ja deinen Blick immer dann so. Ich hab's dir gesagt. Wer hat's gesagt. Ich hab's dir gesagt. Wir haben schon 7 wins. So. Jetzt kriegen wir aber 3 damage. 3 damage ist tatsächlich sehr, sehr gefährlich. Oh, der Roll ist bad. Der ist scheiße. Der ist bad roll. Wollen wir den Beleck wegmachen? Müssen wir nochmal rollen. Let's go. Okay, okay, okay. Katsching. Das ist auch nicht gut. Wir machen immer das Beste aus der Situation, die wir kriegen. So. Die beste Situation, die wir kriegen können, ist den Null. Plus 3 zu geben. Weil der Cupcake ist ganz okay. Wir wollen ja einzelne Wins. Melonen und Cupcake. Sicher, dass der... Das geht. Weil das ist nur ein Wach. Nicht, dass der einen Zuckerschock bekommt. Nein. Der soll einen Schock bekommen. Der soll einen Schock bekommen. Der wäre ja auch total gut. Ich glaube, wir verabschieden uns von der... Vom Pinguin. Vom Pinguin, ja. Ich glaube, wir anschließen den. Wir können den nicht besseres kriegen. Wir rollen raus? Wir rollen raus. Okay. Wie der Bus gerade in die Unit da vorne rein. Ein Bus wäre jetzt übrigens... Oh! Ein Belfin. War das nicht? Das ist ein guter Unit. Das ist ja quasi dein... Du hast ja die Beweise davon. Das habe ich tatsächlich gemacht. So, wir machen jetzt aber folgendes. Der ist auch krass. Oder? Der ist richtig. Der wird uns das Game gewinnen. Und den müssen wir jetzt aufmachen. Wir verkaufen den V. Den V. Oder wie ich nenne den Flamingo. Wir verkaufen den. Du hast den Flamingo V genannt. Ist ja auch scheißegal. Ist los. Wir verkaufen den. Wir verkaufen den. Mach's gut. Dann machen... Ich mach doch gar nichts. Ich hab doch gar nichts gemacht, Maxime. War aber close. Ich hab doch gar nichts gemacht. So, du machst... War aber close. Warte auf. Du machst wieder das Rind nach vorne. Nicht ganz nach vorne. Genau, aber hinterm Bus. Dann den Flamingo auch nach vorne. Hinterm Bus. Flamingo nach vorne. Und jetzt kommt... Ja, ja, klar. Das Hippo. Das Hippo. Hör mal hin. Das ist meine Stimme. Das ist sehr terroristisch auch. Das ist schon close. Guck mich geil. So, und jetzt ist wichtig. Unsere Coms sieht jetzt sehr gut aus. Wir werden nur eine Unit später die Pille geben. Und das den Flamingo, damit wir den töten da buffen. Nicht hier. Nicht hier. Hier und runter immer größer. Einfach rein. Einfach rein. Weil der gibt random quasi Stats. Enter. So, das kann jetzt sein. Wir haben jetzt einen sogenannten Scaling-Zug. Wir sind jetzt also schwächer. Weil wir haben keine super krasse Unit. Aber ich truste trotzdem, weil der Bus, der zieht rein. Aber jetzt kommt schon den ersten Riesen-Monster. Ja, ist er weg. Er ist tot. Okay, war. Aber der Groß ist da. Zug, er hat auch einen Zug. Noch einen Zug. Zug, es ist ein Bus. Das Wichtigste ist aber auch, siehst du die Limone. Und da. Ja, let's go. Die Maschine, die hat das so gut gemacht. Das war ganz wichtig. Limonen-Armor. Melonen-Armor. Ich sitze hier und verstehe teilweise gar nichts. Aber ich freue mich einfach, wenn du dich weißt. Es ist ja auch einfach so ein schönes Game. Vor allem, wenn man es kann. So, Level 5. Super gut. Weil wenn wir jetzt eine Stufe 2 Unit kriegen, kriegen wir eine 6er Unit. Die 6er Unit sind alle broken. Wir haben keinen Los bis jetzt, Max. Ja, wie auch. Ja, also mit dir neben mir und wir haben wieder einen V. Wir haben wieder einen V. Aber jetzt wird es interessant. Ein V-Megro. So, pass auf. Jetzt haben wir die Auswahl, zu überkrass zu scalen. Das heißt, wir können uns jetzt wieder schwächer machen. Wir haben drei Looses. Vier Looses Potential vor uns. Ich glaube, wir müssen es machen, damit ich dir diese Unit da teige. Wir verkaufen das Crocodile. Wenn es wirklich gut ist. Den Affen machen wir ganz hinten. Und jetzt kommt die Transition. Oh, 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 oh. Ey, Verfolgern! Er freut sich, übelst du alle. So, und jetzt machen wir das Nierpferd nach vorne. Das finde ich sehr gut. Ja? Die beiden kriegen ja hier, oh, die kriegen ja zwei nach hinten. Und Melonen-Armor. Melonen-Armor ist ganz, ganz, ganz wichtig. Jetzt nehmen wir die Burme und joinken die auf Nierpferd. Tu es, Maxi. Joink rein, die Burme. Do it, guck mal. Ah ja, so. Finally it's one burger. Wird ja auch gut, ne? So einfach trotzdem Hamburger. Wir haben jetzt noch zwei Rolls tatsächlich. Das ist shit, ne? Ja, das ist shit. Aber wir freezen den Cupcake und rollen noch einmal. Und Wal. Und der ist zwei Wal. Wal. Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal-Wal. Und weißt du, was auf den Wal dann kommt? Und der Hirsch. Und auf den Hirsch kommt noch ein Bus. Alter! Das ist ja dann Gigastrong. Das ist Gigastrong. Das können wir als Scaling-Variante nehmen. Ich glaube, auch Affe weg. Mach's gut, mach was. So. Der Whale ist einfach insane. Den würde ich freezen auch. Und nochmal rollen. Da haben wir schon mal das Rollen hinter uns. Cool. Das Nilpferd kann auf jeden Fall ein Stück zurück. Und der Wal als an zweiter Stelle. So ist schon sehr, sehr gut. Ich glaube, so ist schon extra ready. Maxim, wir gehen rein. Wir gehen rein. Möchtest du drücken? Na, natürlich. Ich freu mich auf den Bus. Looking for opponents. Auf den Double Bus. Ja, Double Bus. Jetzt fängt man mit dem Bus an und wir kommen noch an. So, pass auf. Also, der Wal sagt sich, ich habe übelst einen Knast. Bam. Was kommt? So, was kommt, aber wenn der Wal surrendert. Und dann kommt noch ein Bus. Let's go. So, und jetzt ist es aber schwer. Na, weil der da, siehst du das Ding. Das wollen wir auch. Das ist ja echt krank. Das wollen wir. Wie? Das ist unser Landgang. Deswegen haben wir den schon gut. Hoffentlich. Oh, noch ein Hippo. Noch ein Hippo. Ruff. Ruff. Knoblauch auch Ruff. Auf ihn. Ja. Knoblauch, Hippo, OP ist fuck. Einmal rollen. Ich würde die Kuh freezen. Milch muss man immer frisch machen. Und den Wal drauf. Und den Wal drauf. Die Idee ist es voll gut. Wir werden den hier pillen und dann werden wir irgendeine Late Game Unit reinstellen. Den Flamingo. Jetzt noch nicht, aber nächste Runde werden wir den pillen. Dann kriegen die beiden plus zwei plus zwei. Dann machen wir die Kuh. Und den macht uns den Milch. Und den macht uns zwei Milch. Und den Ruff. Oh, und Ruff. So. Oh, und Ruff. Das sieht nicht schlecht aus. Also acht Wins ist schon, jetzt sind wir schon Top 1% World. Ja? Ja. Okay. Acht Wins ist wirklich sehr, sehr. Oh shit. Siehst du das? Ja, ja. Das ist das Late Game. Dann machen wir jetzt mit dem Bus rein. Dann scheppern wir mit dem Bus rein und machen die Melone dahin. Die Melone wird deleted durch die Pelone. Und da kommt der zweite Bus rein. So, und jetzt haben wir das, jetzt haben wir das Wichtige. Wie? Oh shit. Wie machen wir das mit dem Kopf rein? Ohne die Beräuung. Gewinnen wir aber nicht. Wir haben verloren. Feize. Aber ganz kräftig verloren, leider Maximum. Oh, hoppala. Alles gut. War langsamer als ich dachte. Hast du? Oh, fahr nichts drüber. Wo immer. Oh, komm, Herr Reis. Hopp. Ach, Alter. Manchmal spielt er ein bisschen. So, das ist ganz wichtig. Ohne Ton, da brauchst du Autopäts nicht zu spielen. Oh, das war jetzt natürlich ein bisschen schade. Ja, das ist unsere Scaling-Phase. Wir können jetzt noch zweimal verlieren. Ja, ja, weil danach ist ja quasi Schluss. Aber jetzt Turn 11. Turn 11 ist, boah, krass. Wir machen jetzt unseren Superplan. Okay, wir pillen den Flamingo. Den V. Den Flam- Ja! Wir pillen den V. Den V. Kill it. So. Sicher. So, der stirbt. Jetzt. Ich bin reingegelt. Kaufe mir die Kuh. Halt! Halt! Wir machen die Melone auf das Flam- Äh, ja, Milfär. Auf das Flam- Auf das Flam-Wilfärd. So, das Ding rein. Und die beiden Milch aber sofort. Auf die Kuh. Wo rein? Na, auf, äh, Milfärd. Milfärd ist ja unser Carry. So. Der muss ganz groß werden. Das ist sehr schwer tatsächlich. So, jetzt können wir ein einziges Mal rollen. Und hoffen, ich weiß gar nicht worauf. Wir können ja auch für gar nichts hoffen. Doch, weil wir verkaufen die Kuh auf jeden Fall. Ach so, die verkaufen. Ja. Ich denke. Das war shit. Nee. Nee? Noch ein Bus. Noch ein Bus. Also anders kommen wir nicht drum rum. Ist eine klasse Doppelbus-Action. Ist eine klassische Doppelbus-Action. Ja, wir haben einen Trippelbus in dem Fall. Ist stimmt, true. Frey. Frey, guys. Ja? Muss man dazu sagen, können wir nächste Runde den auf Level 2 machen. Weißt du, was das für ein Bus dann ist? Boah, ich will gar nicht hingucken. Oder das ist ein 10-10er-Bus. So, das wird richtig schön. 10-10er-Bus? Ja, das wird ein richtig guter Bus. Aber der macht trotzdem nur fünf Kanälen. So, jetzt sehen wir schon. Jetzt sehen wir schon die große Problematik. Wir brauchen auch so einen Big Boy. Ja, ja. We need a Big Boy. Ich meine, wir haben unsere Busse, aber am Ende reicht es nicht. Aber der Typ nimmt noch einen raus. Aber das ist schlimm. Das Känguru will auch lange feilen. Naja. Aber es ist nicht schlimm. Also sieht nicht gut aus. So, wir machen jetzt folgendes. Wir haben... Noch ein Bus. Wir haben tatsächlich das Hirsch da drauf. Normalerweise hätten wir jetzt noch eine Unit bekommen. Das hat das wirkliche Jens. Das ist ja scheiße. Das ist wirklich scheiße. Das ruf ich jetzt an. Das ist eine Suffo. Ich ruf da jetzt an. So, jetzt rollen wir nochmal. Ganz kurz die Schnecke rein. Die Schnecke gibt bei den Blues Stats. So, jetzt haben wir noch zwei Roll. Das auf den Wal. Auf den Wal? Wir kriegen noch ein Wal. Und dann noch ein Bus. Alter, das wird Big Bus Action jetzt hier. Das ist jetzt sehr viel Bus. So, rollen wir? Ich weiß nicht, was mit dem Wal jetzt passiert, wenn wir den reintun. Doch, nee, doch. Du kaufst den und machst den drauf. Doch. Nee, nee. Du kaufst den. Du kaufst den. Du kaufst den? Ich könnte noch einen. Wenn der den anderen frisst, ich weiß nicht, was dann passiert. Wir können for the science. Okay, das war aber erstmal. Aber ich glaube, ich traue mich das nicht. Wir machen den Affen einfach rein. Wie hoch sind denn unsere Chancen, dass wir diese Runde jetzt gewinnen? Ehrlich beklagt. Null. Null? Ja, also vielleicht ein Prozent. Dann for the science würde ich was sagen. Für the science? Also, ich bin dir ehrlich. Wenn du mir sagst, die Gewinnchance gerade ist quasi zero, dann würde ich lieber noch ein paar Busse nehmen. Ja, aber das Problem ist, wenn der links zuerst ist. Ach so, er ist dann, ja. Er ist dann einen leeren Wal. Das wollen wir ja nicht. Aber wenn im Wal vielleicht doch noch ein Bus ist, was? Wenn der erste Wal als erst ist, dann ja. Okay, Affe rein, ja? Ja, Affe. Also, es kann gut gehen. Wir prayen. Wir prayen das Fakt. Wir sind Believer. Wir müssen Believer für den Bus. Oh, PC-Bus. Können doch jetzt. Der Bus muss H abkönnen. Das ist ein 5-5er-Bus immer, oder was? Okay, das sieht aber fast schon machbar aus. Der Knoblauch macht uns Angst und ein bisschen macht uns... Und 10er-Bus gibt's. Ja, ja. Da kommt jetzt auch noch... Ja, genau. Was war das? Wollen wir mal, ein Wal kam aus dem Wal. War das richtig? Das war irgendwie gerade... Das war komisch, aber ist auch egal. Ist auch eh mal. Der Wal hat einen Wal ausgepackt, der dann aber... Ja, aber 8-Winz. Wir nehmen die 8-Winz. Wir nehmen die 8-Winz. Ich hab tatsächlich immer noch keinen Win, aber... War gut. War gut. War sehr gut. Du brauchst quasi 30-30-40-40-Scharme. 40-40. 40-40-Scharme. Weil sonst wird's wer. Der Bus ist sehr gut im Mid-Game, aber das war's dann. Ach, schade. Aber ich finde, ich hab sehr viel heute gelernt für das Spiel tatsächlich. Vielen Dank dafür. Ich will aber trotzdem nochmal gucken, ob wir noch Sounds finden, oder? Erstens Sounds. Zweitens ein anderes Set. Willst du nochmal rein? Ja, na klar! Wollen wir das bei dir machen? Können wir machen. Dann, Freunde, nehmen wir jetzt für Maxim auf. Und ihr seht den zweiten Teil quasi bei Maxim's Zweitkanal, gell? Ja! Maxims Zweitkanal. So, dann vielen Dank. Schaut auf jeden Fall da vorbei. Ist alles verlinkt. Und ich würde sagen, es war eine kranke Bus-Action-Rolle. Es war wirklich krass. Es hat Bock gemacht. Es war richtig. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt gehen wir bei Maxim. Ja! Passt euch mal! Ja, Mann! Ja! Sag ich immer, wenn wir tatsächlich. Müssen sie auch. Müssen sie auch. Wir auch, weil ich glaube, also ich bin wirklich nass. Me too. So, tschö!